Hallo, mein Name ist Jörge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Mit dem Monat April steht auch das nächste Video zur aktuellen Lage in Kuba an. Wir betrachten den Wechselkurs, die aktuellen Reisebestimmungen und Themen und Ereignisse, die zuletzt und aktuell in Kuba passiert sind. Bevor wir jedoch starten, checkt nochmal, ob ihr meinen Kanal bereits abonniert habt. Wenn nicht, dann nehmt euch kurz die Zeit dafür. Danke euch. Es ist wie immer. Wir starten wie immer mit dem aktuellen Wechselkurs. Der offizielle Wechselkurs auf dem internationalen Markt liegt bei 1 zu 24. So werdet ihr es auch auf jeder Umrechnungswebsite finden. Wie wir es jedoch besser wissen, liegt der offizielle Wechselkurs für Handlungen in Kuba jedoch bei 120 Peso pro Dollar, abzüglich 8% Servicegebühren. Der informelle Wechselkurs ist in den letzten Wochen weiter hochgegangen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos liegt der Kurs inzwischen bei 340 Peso pro Dollar bzw. 345 Peso pro Euro. Damit sind die Werte innerhalb eines Monats um 30 bzw. 27 Peso gestiegen. Auf Itocke könnt ihr den täglichen Kurs nachschauen. Den Link findet ihr unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kommen wir zu den Einreisebestimmungen. Was wird also benötigt? Die Zollangaben wären online verpflichtend über Devia Heros abgefragt. Hierzu habe ich ein extra Video online. Zusätzlich zu den Zollangaben wird noch die Touristenkarte, also sozusagen das Touristenvisa und eine Auslandskrankenversicherung benötigt. Die Versicherungspolize sollte nach Möglichkeit in Spanisch ausgestellt sein. Habt ihr diese Dinge, also das Onlineformular, Devia Heros, die Touristenkarte und die Auslandskrankenversicherung, dann könnt ihr nach Kuba reisen. Einen mindestens 6 Monate gültigen Reisepass, das ist selbstredend. Viel mehr ist dann auch nicht mehr notwendig. Sofern ihr noch keine Touristenkarte habt, könnt ihr diese gerne über meinen Link in der Videobeschreibung bei KubaBuddy erwerben. Ihr zahlt keine Cent mehr, aber ich erhalte einen kleinen Obolus. Die Standardlieferung erfolgt innerhalb von 3-4 Tagen. Per Expressversand erfolgt die Lieferung in Deutschland innerhalb von 24-48 Stunden. Das Ganze funktioniert über meinen Affiliate-Link. Diesen findet ihr in dieser Videobeschreibung unter dem Video hier. Mit dem Kauf über meinen Link unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Ich danke euch. Die Regierung Kubas hat die zollfreie Einfuhr von Lebensmitteln, Hygieneprodukten, Medikamenten und anderen medizinischen Hilfsmitteln bis zum 30. Juni verlängert. Die Limits bleiben unverändert bei 50 Kilogramm bzw. einem Wert von 500 US-Dollar. Für Postsendungen auf dem Luft- oder Seeweg gilt weiterhin die erhöhte Obergrenze von 500 US-Dollar, die letzten Sommer eingeführt wurde. Bei nicht kommerziellen Paketen mit den genannten Produkten sind die ersten 20 Kilogramm mit einem Wert von maximal 200 US-Dollar zollfrei. Ursprünglich wurde die Maßnahme im Sommer 2021 eingeführt und seitdem alle sechs Monate verlängert. Im Dezember wurde die Zollbefreiung erstmals nur für drei Monate bis Ende März verlängert, was auf ein mögliches Auslaufen sozusagen hindeutet. Die aktuelle und erneute Verlängerung bis Ende Juni könnte also tatsächlich die letzte sein. Ich denke aber, dass es mindestens noch eine weitere geben wird. Wir schauen mal. Das kubanische Ministerium für Energie und Bergbau hat bestätigt, dass ein russischer Öltanker mit mehr als 90.000 Tonnen Rohöl in der Supertankerbasis Matanzas angekommen ist. Diese Nachricht wurde über das Sozialdemokrat X bekannt gegeben. Die Lieferung, die mit 715.000 Barrel Rohöl, was etwa ein Barrel pro 0,13 Tonnen entspricht, angekündigt wurde, ist die erste Öllieferung aus Moskau nach Havanna seit mehr als einem Jahr. Sie soll dazu beitragen, die Stromausfälle in weiten Teilen Kubas zu lindern, die einer der Hauptgründe für die jüngsten Proteste auf der Insel sind. Die Energiekrise Kubas hat sich in den letzten drei Jahren verschärft, da das Elektrizitätssystem auf fossile Brennstoffe angewiesen ist und die Kraftwerke über ihre geplante Lebensdauer hinaus weiterhin betrieben werden. Kommen wir zu den gerade angesprochenen Demonstrationen. In Kuba sind am 17. März Straßenproteste ausgebrochen. In Santiago de Cuba versammelten sich hunderte von Menschen und riefen Parolen wie Comida y Corriente, also Essen und Strom, sowie Patria y Vida. Diese Proteste ereigneten sich vor dem Hintergrund einer schweren Energiekrise und täglicher Stromsperren im Land. Die Protestierenden forderten dringende Verbesserungen in der Strom- und Lebensmittelversorgung, die seit Monaten spärlich sind. Hierzu zählt auch die Grundversorgung über das staatliche Bezugshäft Libreta. In anderen Städten wie Bayamo und Cardenas gab es ebenfalls Protestaktionen. Die Internetverbindungen wurden zeitweise eingeschränkt. Kubas Präsident Miguel Díaz Canel beschuldigt die USA, Unruhen durch Terroristen zu schüren. Er versicherte jedoch, dass die Regierung bereit sei, auf die Forderung des Volkes einzugehen und einen Dialog zu führen. Die Proteste waren die größten seit 2021 und zeigen die anhaltende Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der wirtschaftlichen Situation im Land. Ein schweres Tiefdruckgebiet brachte Mitte März heftige Regenfälle und auch Hagel über den Westen Kubas. Meteorologischen Berichten zufolge fielen während des Höhepunkts innerhalb von 24 Stunden bis zu 300 mm Regen. Begleitet von Windgeschwindigkeiten von bis zu 75 Stundenkilometer. Die Auswirkungen waren verheerend. Stromausfälle in allen fünf westlichen Provinzen, wodurch bis zu 270.000 Menschen betroffen waren. Auch die Wasserversorgung wurde beeinträchtigt. 26 Gebäude stürzten vollständig ein, 122 teilweise. Glücklicherweise gab es keine menschlichen Opfer. Aber 148 Menschen mussten evakuiert werden. In Havanna standen zahlreiche Straßen unter Wasser. Der Verkehr kam zum Erliegen und öffentliche Veranstaltungen wurden natürlich abgesagt. In Pina del Rio sorgten Hagel und starke Winde für Schäden an Tabakplantagen und umgestürzten Bäumen. Der staatliche Stromversorger mobilisierte Elektrikerteams aus anderen Provinzen, um Reparaturen zu unterstützen. Präsident Miguel Díaz-Canel kündigte unmittelbare Wiederaufbaumaßnahmen an. Darunter die Wiederherstellung von Wasser- und Stromversorgung sowie die Bereitstellung von Lebensmittelpaketen für betroffene Gebiete. In einem kürzlich veröffentlichten Video hat der ehemalige US-Präsident Trump angekündigt, dass sich im Falle seiner Wiederwahl im November etwas in Kuba ändern werde. Er äußerte seine Bewunderung und Unterstützung für die Kubaner, die sich gegen das kommunistische Regime auflehne und versprach, dass sich etwas ändern werde. Trump kritisierte die brutale und korrupte Diktatur in Kuba, die das kubanische Volk unter Nahrungsmittelknappheit, Stromausfällen, Armut, politischer Unterdrückung und religiöser Verfolgung leiden lasse. Angesichts der Wirtschaftskrise, die Kuba in einer schwierigen Lage gebracht hat und dazu zwang, Hilfe vom Welternährungsprogramm zu suchen, bekräftigte Trump seine Unterstützung für das kubanische Volk. Die jüngsten Proteste in Kuba haben die Aufmerksamkeit auf das Land gelenkt und Trump erklärte, dass er und seine Verbündeten die Situation genau beobachten würde. Er kritisierte Präsident Biden als schwach und versprach unter seiner Regierung stark gegen die Unterdrückung in Kuba vorzugehen. Trump forderte freie und faire Wahlen in Kuba und betonte, dass er die Vision eines sicheren, wohlhabenden und freien Kubas teile. Er erklärte seine Unterstützung für das kubanische Volk und schloss mit den Worten, Gott segne das kubanische Volk und Gott segne Amerika. Während seines Arbeitsbesuchs in Ankara hat der stellvertretende Ministerpräsident Kubas, Ricardo Cabrissas Ruiz, ein Abkommen über eine bilaterale Wirtschaftsagenda für den Zeitraum 2024 bis 2026 mit der Türkei unterzeichnet. Der Besucher hatte das Ziel, die historischen Beziehungen zu vertiefen, den Stand der Wirtschaftsbeziehungen zu überprüfen und das Potenzial für weitere Entwicklungen zu untersuchen. Cabrissas traf sich mit dem türkischen Handelsminister Ümer Bolat und bedankte sich bei Außenminister Hakan Fidan für die Unterstützung Kubas bei der UN-Generalversammlung gegen die von den USA verhängten Blockaden. Er übermittelte auch Grüße von Präsident Dias Canel an Präsident Erdogan und lobte die traditionelle Handlung der Türkei gegenüber den UN-Resolutionen zur Verurteilung der Blockade. Der Besuch diente dazu, die Beziehungen zu vertiefen und den Dialog zwischen den Regierungen zu intensivieren. Die Dengue-Epidemie in Brasilien hat das Land dazu veranlasst, als erstes Land der Welt den neuen japanischen Impfstoff Kudenga einzusetzen. Die Situation wirft auch ein Licht auf die Bemühungen kubanischer Wissenschaftler, einen Dengue-Impfstoff zu entwickeln. Brasilien kämpft mit der schlimmsten Dengue-Epidemie der letzten Jahrzehnte, was zu über 1,2 Millionen Erkrankungen und 278 Todesfällen geführt hat. Um dieser Herausforderung zu begegnen, hat Brasilien beschlossen, den Impfstoff Kudenga des japanischen Labors Takeda einzusetzen. Dies markiert einen bedeutenden Schritt im Kampf gegen die Krankheit und lenkt die Aufmerksamkeit auf die Bemühungen kubanischer Wissenschaftler. Kuba hat bereits seit den 90er Jahren an einem Dengue-Impfstoff gearbeitet. Obwohl die Forschung vielversprechend begann, haben kubanische Wissenschaftler ihre Strategie überdacht und verfolgen nun eine neue Herangehensweise. Sie experimentieren mit rekombinanten Proteinen, die auf den Nichtstrukturproteinen der Dengue-Viren basieren. Um einen zellvermittelnden Impfstoff zu entwickeln, der antikörperabhängige Verstärkungen vermeidet. Diese Entwicklung ist von großer Bedeutung, da weltweit nur zwei Dengue-Impfstoffe zugelassen sind. Von denen einer aufgrund von Sicherheitsproblemen seine Verbreitung stark beeinträchtigt hat. Die Herstellung eines nationalen Impfstoffs in Kuba könnte nicht nur die Kosten für die Immunisierung der Bevölkerung erheblich senken, sondern auch einen Milliardenmarkt erschließen, da viele Länder im tropischen und subtropischen Gürtel dem Dengue-Fieber ausgesetzt sind. Obwohl die Forschung vor Herausforderungen steht, darunter regulatorische Hürden und weitere klinische Studien, könnten die potenziellen Vorteile für Kuba und die Weltgemeinschaft enorm sein. Der ehemalige Wirtschaftsminister Alejandro Hill steht unter Untersuchung. Präsident Miguel Díaz-Canel unterzeichnete persönlich eine Notiz, in der Hill schwere Fehler während seiner Amtszeit vorgeworfen werden. Er trat am 2. Februar von seinem Amt zurück. Was wie eine normale Rotation erschien, nimmt eine unerwartete Wendung. Die Vorwürfe stammen aus einer Untersuchung, die vom Innenministerium eingeleitet wurden. Hill hat die Anschuldigungen eingeräumt und ist von seinen politischen Posten oder seiner Position zurückgetreten. Alejandro Hill war seit 2018 als Wirtschaftsminister tätig und spielte eine wichtige Rolle bei der umstrittenen Währungsreform von 2021. Seine Absetzung überrascht, da er die Regierungspolitik öffentlich unterstützte. Öffentliche Anklagen gegen hochrangige Beamte sind in Kuba selten. Und die Untersuchung gegen Hill ist die erste gegen ein Zentralkomitee-Mitglied seit 15 Jahren. Einige in den sozialen Medien sehen seinen Fall als Bauernopfer für Kubas wirtschaftliche Probleme der letzten Jahre. Es wird vermutet, dass die Vorwürfe im Zusammenhang mit der Verhaftung des Unternehmers Fernando H.W. Alban stehen könne, der das Unternehmen Media Luna gründete. Der Fall Hill findet in einer breiten Antikorruptionskampagne statt, die von Präsident Dias Canel angekündigt wurde. Ich möchte zum Ende nochmal darauf hinweisen, dass ihr in meinem Online-Shop gubanischen Kaffee kaufen könnt. Dort findet ihr Kubita-Kaffee in drei Varianten. Ein Kilo in Bohnen, 460 Gramm gemahlen in heller Rüstung und 460 Gramm gemahlen in dunkler Rüstung. Vielleicht möchte der eine oder andere etwas mehr zum Kaffee erfahren. Kubita-Kaffee ist bekannt für seinen einzigartigen Geschmack. Es ist das Ergebnis jahrhundertealter kubanischer Kaffeetraditionen. Die Arabikerbohnen, die in Kubita-Kaffee verwendet werden, tragen die Seele der kubanischen Erde. Der fruchtbare Boden und das einzigartige Klima verleihen diesem Kaffee einen Geschmack, den man sonst nirgends findet. Kubita-Kaffee wird nach traditionellen Methoden geerntet, getrocknet und geröstet. Jeder Schritt wird mit Hingabe und Respekt vor der langen Geschichte des kubanischen Kaffees durchgeführt. Die Verfügbarkeit von kubanischem Kaffee ist leider begrenzt, aber Kubita ist eine Marke, die sich durch Qualität und Authentizität ausgezeichnet und durchgesetzt hat. Schaut gerne in meinem Shop rein, sagt es weiter, teilt diese Info, Kubita-Kaffee gibt es online zu kaufen bei Der Letzte Westkubaner. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. www.derletztewestkubaner.de Wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen und abonniere meinen Kanal, sofern du das noch nicht gemacht hast. Schau auch gerne in meine anderen Videos rein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, saludos, ciao.